Für uns ist es ganz klar gewesen, dass wir die Akteure, die die Mobilität der Zukunft gestalten, zusammenbringen müssen. Das hat uns motiviert, das Konzept der Polis Mobility hier in Köln zu implementieren. Servus! Köln wird mobiler. Zu Fuß, mit dem Rad, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, manchmal auch mit dem eigenen Auto, wenn dann aber bitte elektrisch. Was macht ihr eigentlich, wenn die nächste Bushaltestelle oder der nächste U-Bahnhof ein paar Kilometer weit entfernt ist? Das hier, das könnte die Lösung sein, denn dieses autonome Shuttle holt euch von zu Hause ab und bringt euch dann dahin. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.